Hallo, hier schauen wir uns an, wie eine angenehme körperliche Übung helfen kann, Stress abzubauen und sie gesund zu halten. Auch Ihre Kinder werden es lieben, dabei mitzumachen. Wir versprechen, dass sie am Ende alle lächeln werden. Stehen Sie auf und strecken Sie Ihre Arme in den Himmel. Schieben Sie alle Wolken beiseite und lassen Sie die Sonne auf sich herabstrahlen. Strecken Sie sich in beide Richtungen, anschließend nach vorne und nach hinten. Lassen Sie Ihre Hände an den Seiten herunterhängen. Beim Einatmen ziehen Sie die Schultern fest zu den Ohren, kneifen Sie dann die Augen zusammen und halten Sie den Atem an. Wenn Sie die Schultern wieder loslassen, können Sie Ihren Körper entspannen, die Augen öffnen und ausatmen. Als nächstes lockern Sie Ihre Arme und lassen diese seitwärts schwingen, während Sie Ihren Oberkörper drehen und wenden. Ihre Arme sollten leicht Ihren Rücken und Bauch berühren, während Sie von Seite zu Seite schwingen. Strecken Sie dann den linken Fuß aus und ziehen Sie mit der großen Zehe kleine Kreise in die Luft. Führen Sie vier Kreise in jede Richtung aus, bevor Sie auf den rechten Fuß wechseln. Jetzt schütteln Sie Ihren gesamten Körper so schnell Sie können. Schütteln Sie ihn oben, schütteln Sie ihn unten, schütteln Sie ihn rundherum und zuletzt schließen Sie Ihre Augen und heben die Arme langsam über den Kopf, während Sie einatmen. Senken Sie die Arme langsam zur Seite, während Sie ausatmen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über Ihre Erfahrung nachzudenken. Und fragen Sie Ihr Kind, wie es sich jetzt fühlt. Körperwillige Bewegung ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und gesund zu bleiben. Sie können diese Übung immer dann durchführen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Ihren Geist und Körper mit Energie versorgen müssen.